Hallo zusammen, ich sitze hier am Stand von Microsoft und das war Forza Motorsport 7 auf der Xbox One X, der leistungsstärksten Konsole der Welt. Die Konsole unterstützt 4K Gaming, das heißt, wenn ihr einen 4K-Fernseher habt, dann werden eure Spiele schön scharf dargestellt. Die Spiele, die für die Xbox One S sind, die sind natürlich auch auf der Xbox One X-Spielbahn, das ist ganz cool. Und wir haben auch einen integrierten OHD Blu-Ray-Player, ihr könnt also auch eure Blu-Rays in extrem hoher Auflösung schauen. Weiterhin möchte ich noch was zur Verfügbarkeit sagen, ab 7. November wird es die Xbox One X für 499 Euro geben.